Jalala Ihr könnt essen, was wollt's? Gut! Schau, Machete, nehmt es hier. Danke vielmals. So, dann starten wir mit dem heutigen oder diesmonatlichen Frischgecurl. Wir haben den zweiten Teil, es gibt unendlich viele Teile in der Hinsicht, von der Geschichte des Kraftsports, auf Englisch, dann klingt internationaler. Und zwar geht es jetzt um die Geschichte des, in dem Fall, Bodybuilding von Männern. Wir haben dann ein Ereignis für Frauen, wo es drum und dran ist. Also nicht, dass euch wundert, okay, da kommen nur Typen vor, da kommen deswegen nur Typen vor, weil es nur um Typen geht. Das Ganze ändert sich dann bei einem der weiterführenden Vorträge. Es ist relativ schwierig, einen Vortrag zu machen über eine Geschichte einer Sportart. Und da auf der einen Seite nicht irgendwie nur einen Fadenlenkschnitt mit Jahreszahlen zu bringen und auf der anderen Seite aber irgendwie trotzdem einen Überblick über die Sportart zu erklären. Somit sei euch gesagt, es geht um folgendes. Ich habe zwar versucht, einige Typen aus dem Ganzen da irgendwie rauszunehmen, damit wir über die Gesundheit reden und versuche beiläufig einen zeitlichen Überblick über Bodybuilding zu bringen. Aber solche Kleinigkeiten oder solche, nicht Kleinigkeiten, solche besonderen Themen wie die Gründung der AFBB oder die AFBB generell oder die Naba generell, das sind eigene Kapiteln. Also nicht, dass ihr glaubt, der Motor genau ein Folie über die AFBB, was ist mit dem? Warum macht er so einen Scheiß? Das ist deswegen, weil das wäre ein eigener Vortrag. Genauso, da drinnen kommt der Schwarznecker genau mit einem Foto vor. Ah, mit zwei, da ist er auch. Da werden sie auch wundern, Schwarznecker, Geschichte des Bodybuildings, rundherum kein Schwarznecker, weil der Schwarznecker mehr als nur eine Teilfigur eines kurzen Vortrages über die Geschichte des Bodybuildings ist und einen eigenen Vortrag benötigt. Das heißt, es ist eine Mischung zwischen Lenkschnitt auf der einen Seite oder auf der anderen Seite, aber auch das Eingehen auf bestimmte Persönlichkeiten, die für den Sport wichtig sind. Das heißt, wir hängen das ein bisschen auf Personen auf, primär. Was wir beim letzten Vortrag schon durchgemacht haben, war der Typ, also Karl Friedrich Müller, den kennt jeder. Eugene Sandow, also sein Künstlername, der gelebt von 1867 bis 1924, glaube ich, oder 25, das weiß ich ganz genau. Der Typ ist aus Ostpreußen, das hat es damals noch gegeben, heute gibt es das nicht mehr, jeder, der sagt, Preußen gibt es noch, das gibt es nicht mehr. Jeder, der sich sagt, ich bin aber Preuße, ist ein Trottel. Das ist genau wie wenn ich sage, ich bin aus der österreichischen Monarchie, das bin ich auch nicht. Hätte ich vielleicht gern, aber bin ich 100 Jahre später auf die Welt gekommen. In dem Fall eigentlich schon 100 Jahre später auf die Welt gekommen, aber ganz egal. Im Endeffekt, der ist aus Preußen ausgewandert und ist nach Amerika gewandert und war der Schwarznecker seiner Zeit. Der hat Bodybuilding, der hat das erste Mal den Körper oder das körperliche Erscheinungsbild über die Leistung einer Person gestellt. Also nicht, dass das körperliche Erscheinungsbild keine Leistung ist, aber eine rein objektiv messbare Leistung ist es nicht unbedingt. Okay, sagen wir so, natürlich könnte man das auch machen mit irgendwelchen Fettmessungen und Umfangmessungen, aber so wird es ja heute auch nicht gemacht. Bodybuilding ist ja nicht, dass ich mich auf eine Liege lege, durch einen Texas-Scan durchfahre und der, was die besten Werte hat, hat gewonnen. Das war eine relativ fade Geschichte für das Publikum, so ist es auch heute noch nicht, aber er hat das erste Mal auf jeden Fall den Körper oder die Präsentation des Körpers über die Leistung des Körpers gestellt. Weil bis dorthin waren Körperathleten Strongman. Diesen Teil haben wir beim letzten Mal schon durchgemacht. Der hat auch um 1900 das Buch Kraft und wie man sie erlangt geschrieben und hat den Begriff Bodybuilding danach das erste Mal verwendet. Das heißt, das war eigentlich der Urvater des Bodybuildings und zwar nicht nur in der Hinsicht, dass er das erste Mal das so betrieben hat, sondern auch aus der Hinsicht, dass er das Wort eigentlich, ich weiß nicht, ob er es erfunden hat, er hat es aber auf jeden Fall in die Weltöffentlichkeit gebracht das erste Mal. Also Eugene Sando, der hat aber, weil wir bei Umfangmessungen jetzt kurz stehen bleiben sind, der hat aber das erste Mal Umfangmessungen durchgeführt und zwar mit seinen Kunden. Der hat einen Kundenstamm gehabt, mit dem er trainiert hat. Das war einer der ersten großen Trainer. Online-Coaching war da nicht so, aber der hat auf jeden Fall Trainingspläne verkauft und wir werden noch ein Foto sehen, der zugehörige Equipment, also ein Marketing-Experte. Du verkaufst ein Tool, den dazugehörigen Trainingsplan und misst dann die Ergebnisse. Ein Beispiel war heutzutage zum Beispiel der Functional Movement Screen. Du kaufst da eine Schiene, in dieser Schiene ist drinnen ein Stecken, eine Schnur und zwei kleine Staberl und dazu wird gleich mal verkauft. Die Testbatterie und zur Testbatterie gleich einmal ein Trainingsprogramm erstellt, kannst du dir erstellen lassen, das auf deine individuellen Schwächen eingeht. Okay, der FMS ist irgendwas, hat irgendwer mal erfunden, der sich halt einbietet, man muss ein Oberhedsquad kennen. Das ist arg, dass die Menschheit eigentlich bis 2005, bevor es den Great Hook gegeben hat oder so irgendwas, überlebt hat überhaupt ohne ein Oberhedsquad. Wenn wir ehrlich sind, das führt uns sowieso zu einem nächsten Thema, das werden wir uns dann auch irgendwann anreißen. Dieses, ja man muss das kennen und das können, sonst ist man nicht gesund und wenn man das nicht kann, ist man auch nicht gesund. Es ist ein Wunder, wie weit wir eigentlich gekommen sind, ohne irgendwelche Übungen zu machen, die uns gesund halten. Der Rücken muss gerade sein bei der Kniebeugung, man muss sich hinten ein Gewicht drauf lohnen. Da sind wir ehrlich, wir haben uns 5 oder 4,99 Millionen von Jahren, sind wir nicht auf die Idee gekommen, dass wir uns ein Bugler-Gewicht draufhauen und dann in die Hocke gehen. Und jetzt auf einmal die Kniebeugung, ohne Kniebeugung, wie kannst du überhaupt überleben? Alles lächerlich. Aber der hat natürlich, ich sehe das wie heute, auch noch zunutze gemacht und hat mit diesem Trainingstool natürlich auch einen Trainingsplan erstellt. Es war ein reicher Mensch in der damaligen Zeit. Ich habe auch immer zu diesen Fotos dazu dann auf der anderen Seite einen modernen Bodybuilder hingegeben. Nicht, dass man sich lächerlich macht, wie der ausgeschaut hat, aber mir ist das sehr wichtig, wohin sich Bodybuilding eigentlich entwickelt hat. Wie die Ansicht vom Bodybuilding sich verändert hat. Man muss sich vorstellen, der Typ war in seiner Zeit ein Monster. Da sind die Leute gekommen, die haben ihn angehimmelt. Die Frauen haben ihn angegriffen und sie denken, Alter, bist du deppert so geil und ich habe so einen bladen Haarbräder, der ist so leib. Und ja, endlich, was ist das? Das sind die Bauchmuskeln, Alter, bist du deppert, das sind die Bauchmuskeln. Und dann sind sie nach Hause gekommen und haben den Typen geschimpft und gesagt, du fetter Saar, warum tust du das nicht so? Warum musst du so schöne Schuhe haben und einen Leopardenstring oder in dem Fall ein Tücherl? Das ist noch sehr stark begleitet im Gegensatz zu modernen Bodybuildern. Der moderne Bodybuilder hat auch Schuhe haben in dem Fall, Militärstiefeln. Er hat da römische Kampfsandalen oder was auch immer. Aber dahin hat sich dann Bodybuilding entwickelt. Man muss aber dazu sagen, der hat keinen Stoff genommen. Der war definitiv sauber. So hat was von Eugene Sando ausgeschaut. Das war ein Handelset von Eugene Sando. Das sind Handelset eigentlich eher erfunden. Er hat gemeint, das ist ganz wichtig, die Handel zuerst zusammenzudrücken. Und erst, wenn man sie zusammengedruckt hat, dann kann man halt kerlen oder sonst irgendwelche Übungen machen. Dazu hat es das Trainingsprogramm gegeben. Und logischerweise natürlich von ihrem Unterschriften, Bilder, alles da und da, kommt man bekannt vor. Ja, aber ich meine, wenn man glaubt, man hat irgendwas erfunden, man hat es nicht erfunden. Okay, aber man kann sich denen logischerweise bedienen. Aber im Endeffekt ein Gesamtpaket an Training. Eugene Sando war aber auch sicher einer, der trotzdem noch auf Kraft gesetzt hat. Man muss aber, der von meinem Ansatz vergessen, der war stark, aber er hat schon, wie soll man sagen, ein bisschen Zirkus gekünstelt, sagen wir so. Also, er war nicht so stark, wie er sich darstellen lassen hat. Aber er war ein Urviech. Also, das darf ich nicht vergessen. Zudem, da kommen wir nachher noch später, das ist ein sogenannter Backlift. Das war eigentlich der Strengthsfeet der damaligen Zeit. Wie viel kann der Körper heben? Und zwar mit allen vier Extremitäten. Ja, also, so, four points anyhow. Das ist, später haben wir das so gemacht, man hat einen Tisch gehabt, ja. Hat sich aufgestützt, ist unter so ein Zeug eine Kreuz vorher. Ja, und dann hat man nichts anderes gemacht als das. Und wenn sie das gehoben hat, ja, dann hat sie es positiv geschafft. Der Weltrekord von Backlift liegt bei 6.150 Pfund, glaube ich das so, irgendwas, vom Paul Anderson. Dokumentiert. Das sind die Leute rundum und umgesessen. Im Guinness Buch der Rekorde haben wir es sogar noch nicht gegeben, aber auf jeden Fall waren Leute, die das dokumentiert haben. Ist bis jetzt ungebrochen. Warum? Wer tut sowas? Vor allem, wo bau ich mir sowas vor allem? Ja, 6.000 Pfund, also über 6.000 Pfund, ne, da sind wir bei 2.500 Kilo ungefähr. 6.000 Pfund. Das sind 2.500 Kilo circa. Oder 2.600, ich weiß nicht was genau, ja. Aber der Haber hat 2,6 Tonnen gekommen. Ja, ein ziemliches Monster. Aber egal. Gehen wir zurück zum Eugene Sando, das ist auch geil. Haben die zwei Leute in einen Korb eingesetzt, der hat auch gebandpresst. Und er hat den ersten Bodybuilding-Wettkampf 1901 in der Royal Albert Hall in London organisiert. Interessant. Line-up der damaligen Bodybuilder. Das Gewand auch sehr interessant. Der steht mit einer kurzen Schuchte, aber Hauptsache hat er einen Leoparden-Tierkerl drüber. Da ist der Eugene Sando, der natürlich besser ausschaut als alle tut. Das ist natürlich wichtig in der damaligen Zeit. Und das ist der Conan Arthur Doyle, der Sherlock Holmes geschrieben hat. Also auch die Literaturgrößen der damaligen Zeit haben bewertet. So ähnlich wie Deutschlands gut sind Superstar. Aber die Hitten war voll. 15.000 Zuschauer. Es war rammelvoll bei dieser sogenannten Great Competition, hat es geheißen. Folgendes ist bewertet worden. Die Bewertungskriterien waren die allgemeine Entwicklung. Das war das Bewertungskriterien. Okay. Zweites. Ausgeglichenheit der Entwicklung. Könnt ihr das mit heiterischer Symmetrie oder Proportion vielleicht gleichsetzen. Die Kondition oder die Beschaffenheit und die Spannung in den Geweben. So hat er es genannt. Allgemeine Gesundheit. Wahrscheinlich haben sie sich im Mund rein geschaut. Wie beim Pferd. Nigen Zahn, der ist nicht so gut. Und ganz wichtig ist die Beschaffenheit der Haut. So, wenn man eine Wimmer gehabt hat, war er schon hinten dran. Also mehr oder weniger die ersten Doppelkontrollen. So auf die Art. Wir haben da jetzt ein kleines. Ui, das wollte ich gar nicht. Ich habe ein ganzes Video, das immer ein bisschen kompliziert ist, weil ich muss dann aus der Präsentation, damit ihr das Video seht. Da ist der Eugene Sandow, Posing. Was ist denn das für scheiß Qualität? Ja, HD hat es 1903 noch nicht gegeben. Also das waren die Posen der damaligen Zeit. Wichtig war vor allem die Pose meiner Meinung nach. Pass auf. Jetzt. Und zwar jetzt. Diagonal. Und diagonal in eine andere Richtung. Das war... Ich könnte mich mal einbauen ins moderne Pose. In Kauschen, wenn du das nächste Mal auf der Bühne stehst. Und am Schluss, ganz wichtig. Weißt du noch einen gescheiten Rückerzalt da, ne? Dann stehst du da. Einfach schränken. Fertig. Ich habe mich ein bisschen an dich erinnert, muss ich ehrlich sagen. Ja, heben und dann ein Radl. Ja. Also. Weiter. Also, das ist übrigens einer der ersten Filme der damaligen Zeit. Man hat Eugene Sandow aus jemandem... Also gefilmt mit einer Filntechnik, die es noch nicht lange gegeben hat. Also 1903. Und man muss sich mal vorstellen, Filntechnik gibt es, glaube ich, seit... So ein Cinematoskop oder so hat das geheißen. Seit 1898 oder so irgendwas. Also das war einer der ersten Filme überhaupt. Da sieht man, wie wichtig Eugene Sandow war. Also das war ja eine Größe der damaligen Zeit. Gehen wir ein bisschen weiter. Und zwar zu Charles Atlas oder... Das ist ein bürgerlicher Name. Wichtig anscheinend war er die Künstlername. Angelo Siciliano. Okay? Also war er Italiener anscheinend. Das überhaupt noch muss ich ein bisschen oberlesen, weil das ist das Bugs und Nichts, was der Habra gemacht hat. Der hat... Warte mal, jetzt schau ich nur, was wir sagen. Ah, der hat die beiden ersten Wettbewerbe The World's Most Perfectly Developed Man gewonnen. Da ist er. Also da war er schon ein bisschen älter, muss ich sagen. Aber da, wichtig ist auch wieder das Leoparden-Hoserl. Ihr versteht nicht, dass es ganz weggekommen ist. Er hat bis heute, seine Firma besteht, ich folge mir der Name nicht ein, besteht bis heute noch und verkauft Trainingspläne. Also das ist die Firma, die Angelo Siciliano gegründet hat, um 1910, der Typ hat gelebt, oder 1920, von 1892 bis 1972, relativ alt war er eigentlich mit 80 Jahren. Und der Firma besteht noch immer, er hat gemeint, er nennt sich nach Charles Atlas, weil er ein Freund hat zu ihm gesagt, du schaust aus wie der Atlas von der griechischen Mythologie, hat er sich Charles Atlas genannt. Und was bei ihm ganz wichtig war, er hat einen, schauen wir uns einmal einen Vergleich, Holmen, so schauen wir heute aus. Die Anzeigen von Charles Atlas sind sehr berühmt worden, eigentlich über die Ländergrenzen Amerikas hinaus, und das haben wir unten im Museum auch, er hat sich darstellen lassen als ein Schwächling, der mit seiner Frau oder Freundin irgendwo hingegangen ist. Zum Beispiel am Strand oder auf einer Tanzparty oder sonst irgendwas, und ist dann vor irgendeinem Rüppel angepöbelt worden, ja, und der hat ihm umgestoßen und so weiter, und der Charles Atlas ist dann heimgegangen, halt urdünn, hat, und das ist immer gleich wie diese Comics, hat dann an Sessel umgetreten, ja, und an Briefmarken weggekaut. Warum weiß man nicht. Und hat dann, hat dann ein Heft gefunden, wo eben Charles Atlas dieses, sein Dynamic Tension Prinzip vorstellt, hat danach trainiert, ist dann zurück zum Strand, hat den Typ in die Goschen gehad, ja, also zeitlich natürlich zusammengedrückt das Ganze, und die Frau ist wieder zu einem zurückgekommen, ja, und hat halt, ist an seinen Füßen gelegt, und aha, schau ähnlich, ist dann auch trainiert. Diese wunderbaren Comics haben auf Deutsch geheißen, die Beleidigung, die einen Mann aus Meck machte, oder die Beleidigung, die einen Trottel zum Helden machte, oder, und jetzt komm bis bis dahin, wie Jack, der Schwächling, das Tanzflächenschwein schlachtete. Also, hochtrabigende Comics, die halt immer so geändert haben, wichtig war auch die Gewalt danach, ja, also einen gescheit in die Goschen hauen, ähm, da haben wir, da haben wir auch ein Video, das müssen wir uns schnell anschauen. Ah ne, haben wir das dann getan, weißt du das? Ah, tschuldigung. Es ist ein Wahnsinn jetzt. How to become strong, like this. Atlas religiously followed his own advice, even at age 68. He began his day with 25 minutes of exercise. Morning. And he still spent every afternoon at the office answering his mail and receiving visitors. Schau an die, wie du, Charles Atlas, ne? Ich möchte dazu kurz sagen, sein Dynamic Tension Prinzip war, er hat sich überlegt, warum sind die Viecher solche Viecher? Ja, also, ein Tiger zum Beispiel, ein Bär, so viel Muskelmasse, warum? Und er hat es gemeint, naja, die spannen einfach die Muskel gegen den Gegenmuskel an. Also, mehr oder weniger, wenn ich den Trizeps anspann, spanne ich gleichzeitig den Bizeps an. Also, wie Posing. Und das, Flexen, genau. Und das war sein Prinzip. Flexen baut Muskeln auf. Baut eh auf halt, nicht so viel, ne? Aber es baut auf jeden Fall Muskeln auf. Und er hat dann natürlich auch Gegendruck mit der eigenen Körperkraft und mit der Gegenseite aufgebracht. Und seine Dynamic Tension hat dann immer, so hat es zum Beispiel ausgeschaut, ja? Oder so. Da gibt es auch, da drüben die Brustmuskulatur, ja? Und da halt die Innenrotatoren. Massiv. Wahrscheinlich ist das der limitierende Faktor, nimmermehr auch, ja? Der hat echt einen gescheiten, ähm... Jetzt fahre ich mir da noch nicht ein. Wie heißt der Muskel, der innen rotiert? Der hat wahrscheinlich einen massiven Subskabularis auf einer Seite gehabt. Der Brustmuskel hat dann wirklich nachgelassen, ne? Aber das war sein Dynamic Tension Prinzip. Obwohl, mit 69 sieht er nicht schlecht aus. Der Brustmuskel hat dann auch gesagt, Charles Atlas Limited, ne? Seine jetzige Firma, die noch immer besteht. Gut, das ist auch eine Größe des Bodybuildings der damaligen Zeit. Jetzt nicht falsch verstehen, nicht, dass man jetzt sagt, hörst du, was haben die gemacht, warum schauen die nicht so aus wie der Kolmen? Man darf eins nicht vergessen, die Personen sind immer eh gewichtiger, so blöd es klingt, weil man muss sich vorstellen, wenn es irgendwas noch nicht gegeben hat, dann muss einer mal die Idee gehabt haben, dass es das geben wird. Und somit ist der Input von Charles Atlas oder von Eugene Sando riesengroß. Wir profitieren von dem allem. Es gibt jetzt einen Haufen Leute, die stärker sind als, keine Ahnung, Ed Cohn zum Beispiel. Aber Ed Cohn hat uns einen Powerlifter erst richtig gezeigt, was möglich ist. Der hat erst gesagt, hey, Alter, da geht einiges. Also, wenn man jetzt sagt, sind die Powerlifter der heutigen Zeit besser als die Powerlifter der damaligen Zeit oder sind die Bodybuilding der heutigen Zeit besser als die Bodybuilding der damaligen Zeit, dann nach den heutigen Bewertungskriterien, ja, hundertprozentig. Aber was ein Bodybuilder, was ein Schwarzenegger zum Beispiel für Bodybuilding gemacht hat, oder eben ein Eugene Sando, ist nicht zu vergleichen mit dem, was ein Philhees heute für Bodybuilding macht. Na klar ist die Leistung von Philhees exorbitant Ärger. Okay? Wenn wir ehrlich sind, wenn wir ein Schwarzenegger nehmen, ein Philhees heute so können wir richtig sehen. Okay? Aber der Schwarzenegger ohne Schwarzenegger würde sowas wie ein Philhees nicht geben. Somit ist das schon sehr wichtig, dass den Personen ein gewisser Credit gegeben wird, der einer gebührt. Und ein Vergleich, so wie ich das jetzt da habe, überspitzt dargestellt, ist eigentlich komplett unzulässig. Gut. 1939 ist der erste Mr. America-Wettbewerb vonstatten gegangen, also ein Jahr, oder eigentlich in dem Jahr, vom Zweiten Weltkrieg. Amerika war erst seit 1941 im Zweiten Weltkrieg. Somit haben die noch ein bisschen Zeit gehabt, dass sie sich um Muskelaufbau kümmern. Dann haben sie gedacht, okay, steigen wir ein, die Geschichte. Bert Gutrich, der war der erste Sieger. Deswegen ist er eine Pose, wo sich sehr viele Leute, das haben sich sehr viele Leute darstellen lassen. Also so eine Halbsäule, so ein bisschen wie ein griechischer Athlet mehr oder weniger, in der damaligen Zeit. Es hat damals keine einheitliche Begleitung und kein einheitliches Posing gegeben. Das heißt, es hat keine Pflichtposing gegeben. Es hat keinen Posing-Sleep gegeben, den jeder tragen musste oder so irgendwas. Das war noch nicht vereinheitlicht. Das hat man jetzt erst bei diesen 40 Jahre vorher bei der Veranstaltung auch gesehen. Da war nichts vereinheitlicht. Man hat sich halt versucht, so gut ins Licht zu setzen, wie es nur irgendwie möglich war. Die Teilnehmer sind aus den unterschiedlichsten Sportarten gekommen, von Football über Schwimmen angefangen, bis hin zu Gewichtheben. Und dann ist man draufgekommen, die Gewichtheber waren die, die dann da herausgestochen sind, weil sie eben mit den Mitteln gearbeitet haben, mit denen wir noch immer arbeiten, nämlich mit Kurzhantel, Langhantel oder sonst irgendwelchen Dingen, die Muskeln primär aufbauen. Und die Schwimmer und Ringer und sonstige sind hinten angestellt gewesen. Dann sind wir draufgekommen, hey, Muskelaufbau funktioniert mit Handeln, anscheinend am besten und nicht mit Wasser. Das wäre wichtig für manche Leute, die glauben, mit Aquagymnastik baut man Muskeln auf. Ja, auf eine natürliche Art und Weise. Das ist natürlich, das andere ist nicht natürlich. Deppert muss es mal sein. So, das ist der Kohlmann heute. Gut. So, auch da keine einheitliche Kleidung. So, schauen wir an, was wir da haben. Das weiß ich gar nicht mehr auswendig, wäre interessant, was da jetzt ist. Ah, das waren Leute, die etwas nach John Grimmick zum Beispiel, der John Grimmick gilt als einer der ersten Bodybuilder generell. Das war einer, der den Mr. America Wettbewerb in den nachfolgenden Jahren gewonnen hat, genauso wie Steve Reeves. Steve Reeves war selber ein Schauspieler dann später auch. Die sind natürlich auch in die Schauspielkunst dann später eingestiegen. Das kann man brauchen, die Typen, ja. Wenn man sich an John Grimmick anschaut, der schaut schon noch was gleich. Bis du Deppert vor allem auch ohne Stoff, aber da hängt schon was an von dem Typen. Vorbild von Schwarzenegger, oder? Das ist die in Brich, glaube ich. Nein, der Vorbild von Schwarzenegger war der Red Spark. Primär. Schauspieler, oder? Ah, Schauspieler, ja. Da sieht man die Bursche, wie sie da stehen. Und schon trotzdem, Double Biceps, der ist schon ein bisschen besser. Vorne hat Spuren ein bisschen Viere, dass man ein bisschen eine Posenkühen von der damaligen Zeit sieht. Also, heutzutage viele Posen würden so näher die Haxen sind ein Wahnsinn, oder? Würden so näher mehr eingenommen werden. Warum sind die Haxen ein Wahnsinn? Weil es Gewicht überhoren die meisten. Der John Grimmick, glaube ich, ist sogar bei Olympischen Spielen angetreten, was ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich bin mir fast sicher. Gut, brauchen wir nicht was alles anschauen. Da sieht man noch ein Viech. Da verbirgt er, ah, das ist auch geil. Da verbirgt er, erstaunen, indem er einfach draufschlägt auf die Hand. Also Kraftleistung in der damaligen Zeit waren doch irgendwie wichtig und abgehärtete Leistungen. Ja, der hat ja Bewerbungsstange auf dem Vorderrassel. Interessanter Typ, ne? Aber das war, Astel hat der Havra gehabt. So, Glenn Ross, einer der nächsten Bodybuilder. Nur, dass ihr es ungefähr wisst, ah, das ist alles. Eigentlich, da ist man sich nicht ganz sicher, aber die Wahrscheinlichkeit, dass der was genommen hat, ist minimals gering. Also Dianabol ist das erste Mal auf dem, eigentlich, ich glaube, Dianabol ist erfunden worden Ende der 40er Jahre, Anfang der 50er Jahre. Da war es aber noch nicht am Markt oder so irgendwas. Ja, also da hat man nicht diese einfach irgendwo kaufen können. Und das war das erste Steroid, was eigentlich in der Art und Weise hergestellt wurde, obwohl die Deutschen im zweiten Weltkrieg schon mit Testosteron experimentiert haben. Ja, die waren auch, die waren auch boom abgefüllt, die Soldaten. Also, unterschiedliche Einheiten mit den unterschiedlichsten Mitteln. Ist eh klar, beim Militär wird das erste ausprobiert. Man nimmt an, die Leute haben mit dem nicht unbedingt schon was zum Touren gehabt. Ja, also, das ist nicht schon, wie hat der ausgeschaut? Der war 1,78 Meter groß und hat zwischen 88 und 92 Kilo gehabt. Na klar, da geht schon noch was runter, weil definitionsmäßig will der heute nicht mithalten, Muskelmasse technisch auf jeden Fall. Also, wenn du den jetzt noch 5, 6 Kilo runterreißt von Fett, alles drum und dran, oder 5 Kilo, dann steht auf der Bühne brellhart. Und, ist ein Monster. Also, der schaut, der ist vom Naturalstandpunkt heraus, waren die alle bei einem FFMI von ungefähr 5, 6, oder 20. Das ist, wie man heute sagt, das sogenannte oberste genetische Limit. Das ist der größte Scheißdreck, den es überhaupt gibt. Das ist, wie man vor 10 Jahren gesagt hat, es wird nie ein Mensch 400 Kilo kniebeigen. Raw. Bis der Ray Williams gekommen ist. Und jetzt beigen halt 5, 6 Leute raw über 400 Kilo. Knappe 500 Kilo. Also, diese Obergrenzenannahmen sind immer lächerlich. Angefangen bei, eine Meile kann der Mensch nicht unter 4 Minuten rennen. Das ist dann eine Gründe. Naja, jetzt, bei mir in der Schule gibt es sicher 2, 3 Schüler, die die Meile unter 4 Minuten rennen. Ja, alles lächerlich. Okay, also, das FFMI ist das Nächste. Das ist eine Obergrenze, die, die meiner Meinung nach lächerlich ist. Ja gut, Coleman wieder. Der hat übrigens einen Oberarm gehabt von 48 cm. Da geht gar nicht mehr viel weg. An einer Teile von 74 cm. Also, die Masse passen, würde ich mal sagen. Der Coleman hat keine Teile von 74 cm gehabt. Er hat auch keinen Oberarm von 48 cm gehabt. Das ist ein bisschen größer geworden dann. Interessant ist, 1946 ist die AFPB gegründet worden und die Weiderbrüder haben das gegründet. Das kommt jetzt, glaube ich, ein Film außer über die Gründung der Weiders. Hast du wieder heißen, Andy? Ja, also, der dürfte jetzt in Amerika zumindest in den Kinos anlaufen oder schon angelaufen sein. Das weiß ich nicht. Bei uns wieder nicht. Kommen wir nicht mehr an. Der hat, und vor allem Joe Weider, der da sitzt, dann ging es zum Ben Weider, der ist vorgestorben, hat er kein Bart, hat sich zum Bodybuilding-Papst hochstilisieren lassen. Der hat zum Beispiel Dinge wie, also der hat sich selbst mystifiziert. Der hat die sogenannten Weiterprinzipien begründet. Weiterprinzipien sind nichts anderes als Trainingsmethoden, die im Bodybuilding Anwendung finden. Zum Beispiel Down the Rack oder erzwungene Wiederholungen. Supersätze, auch eine Trainingsorganisationsformen, Trisätze, Giantsets. Der hat einfach alles zusammengefasst, was Bodybuilder irgendwie trainiert hat und hat sozusagen den Prinzip Weiterprinzipien weiterverkauft. Also alles, was du an Bodybuilding-Organisationsformen und Intensivierungsmethoden kennst, hat der Joe Weider unter den Weiterprinzipien zusammengefasst. Und auch heute ist das Ganze unter Weiterprinzipien bekannt. Also völlig abgefahren, aber der hat das, es geht um Marketing, das hat er geschafft. Der hat das erste Mal auf einen gemeinsamen Nenner gebracht, obwohl das andere Leute schon längst irgendwie gemacht haben. Er hat das sogenannte Walder Research Center begründet, das hat es auch nicht gegeben. Das war ein Holzverschlag hinten, da drinnen war irgend so ein halber Plumpes gelohnt und da haben sie Eiweißpulver mit einem Ruder angerührt. Ich meine, das war logisch weil es so war, so war es nicht. Und der hat Eiweißprodukte das erste Mal er verkauft, großflächig und weiter gibt es noch immer. Weiter ist riesengroß. Aber fake it till you make it hat er eigentlich auf Perfektion gebracht so auf die Art. Er hat es Gott sei Dank gemakt, weil manche faken es und make es nie. Hat er 14 mehr oder weniger Fachzeitschriften rausgebracht und das bekannteste davon ist sicher das Flex wo in Flex auf der ersten Seite folgendes steht in jedem Flex das steht auf der ersten Seite links oben ein Bibelspruch mehr oder weniger. Könnt sich jeder selber Gedanken darüber machen wie man auf sowas kommt. Aber man versucht halt dass man Bodybuilding auf eine höhere Ebene hebt. Nicht nur sportlich gesehen sondern es geht auch darum den Charakter zu formen und was auch immer den Geist. Ein bisschen später ist die NAB gegründet worden über diese IFBB NAB Geschichte werden wir uns später noch unterhalten weil es waren die zwei großen Konkurrenzwettbewerbe oder großen Konkurrenz Verbände die NAB hat das erste Mal den Mr. Universe veranstaltet 1948 da ist eben John Grimmick der Typ da ist Mr. Universe geworden das interessante ist eigentlich war der erste Mr. Universe 1947 und zwar ist der von der IWF von der International Weightlifting Federation veranstaltet worden das heute noch immer gibt die haben den ersten Mr. Universe veranstaltet im Vorfeld im Rahmenprogramm der Gewichtheber Weltmeisterschaften 1947 also der erste Mr. Universe ist von den Gewichthebern veranstaltet worden das ist Hardcore finde ich da weiß ich nicht wer Sieger geworden ist ich glaube irgendein italienischer Name ganz egal jetzt wichtiger ist der John Grimmick geworden der halt dann 1948 gewonnen hat hat auch geheißen The Glow oder The Monarch of Muscle Dumb haben dann alle Spitznamen bekommen heute haben sie es auch noch immer The Gift wie heißt wie heißt denn der jetzige Mr. Olympia eigentlich im Spitznamen hat das so was vielleicht kriegt er noch einen Flexatron der Typ war 74 und hat 88 Kilo gehabt natürlich auch nicht ganz ausgeschärfend aber da ist schon ganz naja ein Oberarm von 50 cm eine Brustumfang von 127 cm der Jan lacht gerade eine Teile von 76 cm jetzt lachst nicht mehr was hast du Jan 140 ja hab ich nicht genießen folgens mal ist völlig verständlich hat einen 73er Oberschenkel gehabt und 50er Wadeln also da ist schon was weiter gegangen in den 50er Jahren also wo John Grimek eigentlich aktiv war sind die Gyms in den USA aus dem Boden geschossen übrigens das erste Gym in Österreich hat es 1968 gegeben vorher hast du kein Studio zum Trainieren gehabt Gewichtheberverein hat es sehr wohl gegeben und das wird ganz sicher ein zukünftiges frisch gekurlt sein nämlich die Gewichtheberszene in Österreich müsst ihr euch vorstellen in Österreich hat man in Wirtshäusern Gewicht gehoben da hast du vorher gesoffen einen Schweinspoten gegessen und dann haben sie die aufgerufen bist rausgegangen leg auf noch was und hast gerissen im Hinterkammerl und dann bist du wieder rausgegangen hast geraucht ein Bier gesoffen und hast auf den nächsten Versuch gewohrt das war in Österreich gang und gäbe und jeder der von euch ein Wiener geht nicht unterkehrt kennt also mit dem Mundl der Mundl war ein Gewichtheber und der hat und sein Vater logisch weiß auf denen er sich immer auf denen er sich stolz war und die haben in Wirtshäusern ihre Gewichtheber Wettbewerbe ausgefochten das hat es glaube ich nur in Österreich gegeben in der Art und Weise Österreich war groß im Gewichtheben wir haben sogar alle die Leute nach Deutschland geschafft dass dort Olympiasieger werden das war später einmal war eben 2008 erst so haben die Studios damals ausgeschaut ich würde sagen sauber ganz kurz nur das ist auch ein eigener Vortrag dann Muscle Beach ist sie in der Zeit auch groß geworden in den 50er 60er Jahren also nach dem zweiten Weltkrieg nach dem zweiten Weltkrieg wollte man wieder rausgehen Amerika war eigentlich die große Macht die nach dem zweiten Weltkrieg aus nicht nur politisch führend in der Welt hervorgegangen ist sondern auch wirtschaftlich führend in der Welt hervorgegangen ist man wollte das auch zeigen man hat dann angefangen zum trainieren und hat draußen im Freien in Kalifornien American Dream mehr oder weniger auf der einen Seite trainiert auf der anderen Seite Kunststücke absolviert George Iverman das ist ein ganz bekannter da steht er da mit 60 Kilo auf einer Hand mit einem anderen Spieltrompeten geiler geht's nicht da hängt auch schon einiges oben bei dem Hammerer der war ein Urviech und da das erste Mal dieses Muscle Beach Feeling etabliert mehr oder weniger und die goldenen Jahre des Bodybuildings das heißt so um 1970 herum bis 1980 die profitiert noch immer von diesem Muscle Beach Feeling der in den 50er Jahren damals entstanden worden ist die meisten Leute sagen eigentlich waren das die goldenen Zeiten des Bodybuildings wo es eben noch nicht so richtig nur um Wettkämpfe Wettbewerbe und Stoff gegangen ist sondern um den Lifestyle mehr kann man darüber diskutieren kommen wir zu einem ganz interessanten Punkt weil ich habe das was jetzt kommt reingenommen deswegen weil viele von euch selber gecoacht werden oder viele von euch selber coachen manche von euch schon Bodybuilding Wettkämpfe gemacht haben und die meisten glauben okay es ist arg in letzter Zeit etabliert dieses Natural Bodybuilding so viel und endlich ist es soweit ich muss ehrlich sagen ich versuche immer der Letzte zu sein der sagt das haben wir alles schon gehabt aber das haben wir alles schon gehabt in dem Fall wenn man 50 Jahre zurückschaut hat es schon sowas gegeben wie Balking oder dann Diäten oder weiß ich nicht was diese ganzen Ausdrücke waren schon bekannt man hat gewusst wie viel Eiweiß man braucht man hat gewusst dass man sich möglichst natürlich ernähren soll man hat gewusst wie man trainieren sollte und genauso trainieren wie man auch heute und man hat keinen Stoff genommen einer der Typen der ganz interessant war war Bruce Rendell das ist Bruce Rendell links in der Mitte und rechts und das innerhalb von 14 Monaten dieser Mensch und die Geschichte ist ein Wahnsinn der Mensch ist mit er hat selber geschrieben er war schon immer sehr interessiert an körperlicher Arbeit war gerne im Wald hat dort gern Holz gehackt er hat gerne was vor 1 nach Betraum und hat dort dann mehr oder weniger hat entdeckt dass sie seine Körperkraft mit zusätzlichem Gewicht und so Körpergewicht erhöht das heißt je blader er wird desto stärker wird das drauf gekommen das ganze hat sich wiederholt um 2010 in Borg wieder Neustadt wo ein gewisser Wallner Matthias zu mir in der siebten Klasse gekommen ist und gesagt hat Herr Professor ich glaube wenn man einen fetten Oberarm haben will muss man einem riskieren dass man so geblat wird und der hat vom Bruce Rendell sicher nichts gewusst aber der Mette hat sich das nach 50 Jahren später wiederholt der hat dann Glück gehabt er ist zur Arme gekommen war aber bei der Arme jemand der die Wachmannschaften vom Wachposten mit dem Auto zum Essen geführt hat und bei jeder Essensausgabe ist auf die Idee gekommen dass er mit isst der das Arge ist man hat dann immer angenommen was der sagt das ist eine Lüge aber die Soldaten dort der war dann irgendwann einmal wie soll man sagen eine Augenweide auf jeden Fall ins Auge gestochen die Soldaten dann mit dokumentiert was der Haberer frisst und im Schnitt im Schnitt hat er zum Frühstück 28 Eier gegessen 2 Laat Brot und 2 Liter Milch man rechnet sich die Kalorien aus es war nicht selten sagt er selber dass er am Tag bis zu 10 Liter Milch getrunken hat im Schnitt hat er 15.000 Kalorien am Tag gegessen hat er in 14 Monaten zugenommen von ich müsste lügen wenn ich es nicht nachschau von ungefähr 100 Kilo weiß nicht ganz genau wie er angefangen hat 90 bis 100 Kilo auf 165 Kilo vor 14 Monaten das musst du schon wollen in der Zeit in der er im Bundesheer war wie er dann abgerüstet ist hat er ihm seine Mama angeholt die hat er ihm nicht wiedererkannt das kann nicht der Bub sein er hat gesagt er hat dann irgendwann auf die Idee gekommen dass er aufhört mit dem Essen weil es so teuer geworden ist er hat dann mehrere hundert Dollar in der Woche ausgegeben für Ernährung und das war ihm in der damaligen Zeit zu viel jetzt schau ich mal noch ganz kurz was der für Lifts gehabt hat also einige Monate später nach diesen 160 Kilo hat er 183 Kilo gehabt das war sein Alltime Highest so 401 Pfund das schaut nach 401 Pfund aus würde ich mal sagen da ist er schon dabei was hat der Mensch an Leistung gebracht 308 Kilo Knieball und er gibt kleine Lifts oder irgendwas was er gegeben 308 Kilo Knieball können wir heim gehen 350 Kilo Kreuzheben 218 Kilo Bangle drucken incline clean and incline clean and press wisst ihr was das ist der setzt das Gewicht um und lässt es auf ein Brädel fallen das schräg im Raum steht an die Wand angelegt und da drückt er es dann mit 162,5 Kilo da setzt er um und dann drückt er es noch drei bis fünf Mal und jetzt kommen die ärgsten Sachen Dumbbell Benchpress 100x2 Dumbbell incline Benchpress drei mal drei bis also drei mal drei mit 85 Kilo guten mornings mit geraden Beinen und runden Rücken er gemeint irgendwann hat er die Form nicht mehr halten können und hat darauf geschießen hat er es dann weiter gemacht und zwar drei mal drei mit 310 Kilo wenn du mit 310 Kilo guten mornings kannst dann kannst du 350 Kilo Kreuzheben sicher das kann dir nichts mehr tun okay wenn du es halten kannst Quaterfront Squat Quaterfront Squat hoch nicht hin weil ich will nicht dass du es magst 600 Kilo hat es also der ist unten reingegangen unter Gewicht so viel und dann hat er 600 Kilo rausgekommen hat gemeint das hat einem geholfen beim Ausstoßen ja das glaube ich ja Front Rack Hold 950 Kilo Front Rack Hold jetzt denkt man sich ja das stimmt das stimmt das ist sicher ein Scheiß sogar wenn es ein Scheiß wäre rechnen sie über 200 Kilo Wecker trotzdem arg okay er hat auf jeden Fall jeden Tag auch mal trainiert weil er überraschenderweise ist er dazu auf die Idee also ist er da gekommen der regeneriert so schnell kann er jeden Tag trainieren wächst trotzdem jeden Tag weiter und da I decided to do and continue warte mal I decided to do and continue to use the principle of increasing my body weight in order to increase my strength also je schwerer er geworden ist desto stärker ist er geworden irgendwann ist er draufgekommen dass es alles zu viel geworden ist und dass es zu teuer geworden ist was ich gesagt habe dann ist auf die Idee gekommen okay ich will es annehmen und ein kleiner Hinweis von ihm war folgender man macht einfach das Gegenteil vom Zunehmen das ist ja Schöne für mich und hat einfach angefangen dass er immer ein Ei weggelassen die Milch hat er ersetzt mit mit Low-Fat-Milk hat es ihm jetzt auch schon gegeben okay hat er ein bisschen Milchpulver dazugehaut vielleicht schon Eiweißpulver damit er mehr Eiweiß hat aber er hat das runterreguliert er hat dann nur mehr ein Laubbrot gegessen und wenn er aufgehört hat dass er abgenommen hat hat er einfach nur mehr ein Halmlaubbrot gegessen und noch weniger Eier das ist ja Schöne das ist genau das was man heute nicht macht nur heute hat man halt mal Fitnesspal schickt dann an der Arme die ganzen Werte dann wundert man sich warum die Nuss auf einmal im Supermarkt so teuer werden vor zehn Jahren haben die Nussen die genauer Drittelkost von heute wundert man sich warum werden die so teuer weil wir alle die Trotteln Nussen eingeben die wir essen da denken sich schau die fressen alle Nuss dann machen wir es teurer das könnte man jetzt da könnte man jetzt eine Verschwörungstheorie dahinter sehen aber ja aber wir schicken an der Arme alles was es gibt ja Saubeilen aber was hat er gemacht er hat dann gesagt okay er muss sich mehr bewegen wenn er sich mehr bewegt wenn er sich mehr bewegt dann nimmt er mehr an er hat ziemlich viel im Gym verbracht einmal hat er 27 Stunden in zwei Tagen trainiert und 81 Stunden in einer Woche 81 Stunden in einer Woche eine Woche hat 168 Stunden 50% der Wochenzeit hat dieser Mensch trainiert die andere Zeit schlaft man normal und fährt zum Studio und so hin I took very few days off and once I trained 27 consecutive days gut er hat dann innerhalb von 32 Wochen sein Körpergewicht auf ca. 80 oder 83 Kilo reduziert das muss man sich mal vorstellen von 401 Pfund ja also von 180 Kilo auf 83 Kilo 100 Kilo abgenommen hat dann wieder in ein paar Monaten ein bisschen was zugenommen hat bei Mr. Universe mitgemacht und hat gewonnen das ist vollkommen abgefahren ja ein paar Notizen noch dazu entschuldigen dass ich das ah durchschnittlich hat er sechs bis sieben Stunden pro Tag trainiert ist drauf gekommen er sollte laufen gehen das verbrennt mehr Kalorien und ist jeden Tag fünf Kilometer gelaufen und hat gemeint nein man hat nicht gleich schnell angefangen man ist zuerst fünf Kilometer gegangen und wenn es schneller gegangen ist ist es gelaufen und dann ist es schneller gerannt hat er in den Studio gehen jeden Tag fünf Kilometer und hat jeden Tag fünf tausend Situps gemacht das weiß ich nicht habe ich nirgends rausgefunden scheißegal der hat trainiert ich glaube dass der wahrscheinlich hat er bei den Eltern gelebt und der Studiebesitzer wird nichts dagegen kommen und dass er fünf tausend Situps macht also ich nehme mal an dass es in der Art und Weise abgelaufen ist nein der hat sich auch reduziert und die Eltern gesagt dann komm wieder zu uns Eiweiß hat er hochgehalten das war das war ihm sehr wichtig zuerst war bei der Army war klar was er nachher gemacht hat weiß ich wirklich nicht keine Ahnung gut also das war meiner Meinung nach Bruce Rendell ist einer der ärgsten Körpertransformationen das es jemals gegeben hat wenn man sich das da anschaut irre was interessant ist ist dass da nicht irgendwie eine Reservehaut immer dumm hängt ja den man halt damals operativ sicher nicht entfernen konnte der Andi und ich waren leider mal traurige Zeugen eines sehr bizarren Schauspiels bei der AFPB vor ungefähr zwölf Jahren oder zehn Jahren so irgendwas wo man jemanden der so ausgeschaut hat und noch so ausgeschaut hat und die Haut nicht los geworden ist wie auf der Bühne gesehen haben wie er halt dann Post Doppelbizeps und da hat ihm die Haut aus der Hosen rausgezogen und wie er die Hände wieder runtergehängt hat ist die Haut drübergehängt wo es eigentlich urbitter war weil die Idioten bei der AFPB haben ihn nachher gesperrt wegen wegen was haben wir nicht gesperrt lebenslange lebenslange sperre kriegt ja soviel zum Thema AFPB Österreich nein Entschuldigung das kenne ich nicht aber ist mir auch wurscht ja das schaut aus wie der Peter ja ein bisschen der Rheintaler also wenn der Rheintaler annehmen würde wäre er das da ja das ist noch ein bisschen ja das ist noch ein bisschen gut und am Schluss wenn ich noch ganz kurz durchgehe damit wir das einmal abgedeckt haben zumindest um für die zukünftigen Vorträge gewappnet zu sein die Unterschlinge Mister Olympia und da eine kurze Geschichte dazu erzählen also 1965 ist der erste Mister Olympia gegründet worden also von der AFPB der Wettbewerb der heute sicher noch der bekannteste Bodybuilding Wettbewerb den es überhaupt gibt ist auch bis heute Anhaltsklassik ist auch sehr wichtig aber AFPB Mister Olympia steht sicher noch über der Anhaltsklassik drüber ja also ich weiß zum Beispiel jetzt nicht wer heuer die Anhaltsklassik gewonnen hat ich weiß aber wer die wer Mister Olympia gewonnen hat weiß ich nicht wer die Anhaltsklassik gewonnen hat Cedric mit Mil siehst du es ist anscheinend so wichtig ja gut der erste der gewonnen hat war der Mensch trainiert übrigens vom Vince Gironda einen Typen über den wir auch einen eigenen Vortrag haben werden Mit Gironda Train of Champions und von sehr vielen Stars hat unter anderem auch ich frage heute keinen Namen ich tue mir leid ja aber ich meine den anderen von Apollo Creed genau der hat auch trainiert Apollo Creed also Carl Wethers und unter anderem auch Larry Scott Larry Scott von dem Menschen kommt die Scott Bench ok ja also der war bekannt für seine Arme ja der ist zu einem Mister Olympia geworden abgelöst worden von einem Exil-Kubaner Sergio Oliva um das Spanisch auszusprechen der ebenfalls für seine Arme bekannt war ja also war ein Gewichtheber früher da gibt es eine interessante Geschichte 1969 wo er zum dritten Mal Mister Olympia geworden ist ist der Schwarzenegger wollte sich vorher vergewissern wer sein Gegner ist ist dann in Köln runtergegangen und hat ihn Sergio Oliva eben beim Training gesehen und genau gewusst Heierschlag dann noch nicht und die Einsicht von Schwarzenegger in solchen Fällen ist aus ihm sehr sehr selten muss man sagen das ist der Coleman gut dann die lange Regierungszeit von Arnold Schwarzenegger von 1970 bis 1975 ja wo er eigentlich ungeschlagener Champion war wo es auch keinen richtigen Wettkampf gegeben hat wo er wo angezweifelt wurde dass er der wahre Mister Olympia ist wobei es 1980 dann anders ausgeschaut hat es war ein sehr umstrittener Mister Olympia also 1980 ist er hat auch Arnold Schwarzenegger gewonnen viele waren aber der Meinung dass er nicht hätte gewinnen sollen also dass andere besser waren als er war interessant weil er hat sich damals angeblich nur acht Wochen auf den Mister Olympia vorbereitet und ist der Mister Olympia geworden was mehr oder weniger viele auf der Arschung gesehen haben danach sein Trainingpartner Franco Colombo auch genannt Steve Ledermas weil er relativ einen braten Latt gehabt hat okay vor allem mit seinem Lattposen war er natürlich um einiges klein aus Schwarzenegger haben wir aber meistens gemeinsam trainiert manchmal gemeinsam Deutsch gesprochen sieht man bei Pumping Ion rennt kurz Deutsch mit zusammen und jetzt war das ist der Colman gut Frank Zane der nächste da hat man sich dann irgendwie es hat es schon immer gegeben auf der einen Seite haben wir die Masse Monster damals gehabt also nicht den Colman haben wir die Masse haben wir damals die Masse Monster gehabt auf der anderen Seite haben wir dann wieder versucht auf ein griechisches Ideal zurückzukommen heute gibt es das gleiche Video wir werden auch die letzten Mr. Olympia sehen wo es in die Richtung geht schmale Teile breite Schultern nicht zu viel Masse sehr schwierig heute das Ganze zu beurteilen ab wann meiner Meinung nach ab wann was Mr. Olympia würdig ist und wann nicht was ist jetzt Bodybuilding ist Bodybuilding ein schönes Ideal von einer Körpersilhouetten Form das man erreichen würde also mehr oder weniger man hält eine Silhouette vorhin und wenn der Körper in diese Silhouette reinpasst dann ist es der Beste oder geht es im Bodybuilding um maximale Muskelmasse und minimalen Fettanteil diese Diskussion wird es immer wieder geben weil was genau bedeutet Linie im Bodybuilding natürlich kann man das bestimmen was eine Linie ist aber dann gibt es eine optimale Silhouette und an diese optimale Silhouette müsste dann der Bodybuilding Sieger herangeführt werden meiner Meinung nach ok weiß nicht ob es sowas gibt sehr umstritten ähm war war Chris Dickerson der da sagt man das war einer der schwächsten Mr. Olympia das jemals gegeben hat also man ist ja nicht sicher dass der ob der ein wütiger Mr. Olympia war ist 1982 Mr. Olympia geworden Kommen so danach ist aber Samir Banukuman der libanesische Löwe ja der war ein Massemonster und 1983 noch einmal Mr. Olympia war achtmal Mr. Olympia danach ist Lee Haney geworden Lee Haney hat sagen viele das letzte ästhetische Ideal verkörpert schmale Teile breite Schultern breiter Latissimus ja hat das letzte Mal so man meint so ausgesehen wie wie ein griechischer hält ja weil nach Christikus nach Lee Haney ist Dorian Jets gekommen und Dorian Jets war da haben wir gesagt okay man ist mehr oder weniger zum Herkules übergegangen ja Dorian Jets war viel mehr herkuleisch ja wobei ein anderer noch ein bisschen einen atonischen Körper zuordnen konnte ja und der war das erste Mal also Dorian Jets war das erste Mal der Mensch der glaube ich auf der Bühne über 115 Kilo gehabt hat scharf das haben die damals nicht einmal annähernd erreicht also ein komplettes ein kompletter Freak den haben die überhaupt nicht gepackt die Typen ja also der war der hat der ist auf die Bühne gegangen und die Leute haben sich knapp ich muss mich ausspäumen aber der gewinnt jetzt trotzdem ja schier aber nicht zum Übersehen ja vielleicht ähm auch der ist eigentlich ein Fall für einen eigenen Vortrag so wie der trainiert hat als Drum und Trance also sein Trainingssystem ist sowieso legendär ähm mit also eben die Videos die man von ihm kennt Blood and Guts zum Beispiel ja wo er eigentlich sein Studio fürs eigene Training immer abgesperrt hat vier Mal in der Woche hat dann halt sein Trainingsbuddy der glaube ich bei den Royal Marines war oder so irgendwas ja ähm ins Studio geholt der einfach nur aufgeschrien und durchs Training geschrien hat ja und das ist halt auch das Trainingsstudio das legendär war ich meine ich kann mich noch erinnern wir haben zuerst gesehen Ronny Coleman der unbeliefer will und dann in Jades und dann haben wir uns gedacht das ist ja nicht so arg das ist ja nicht so arg ja na klar wir haben ihn an vielen jährigen Typen gesehen nämlich in Ronny Coleman wahrscheinlich der massivste Mr. Olympia den es jemals gegeben hat auch achtmal Mr. Olympia war der ist sechsmal war Ronny Coleman von 1998 bis 2005 äh ist jedes Jahr mehr geworden und die Judges haben auch nicht gewusst die ist damit umgesungen es war 2003 hat der Typ 134 Kilo auf der Bühne gehabt 134 Kilo brellhart ja also anzogen wie ein Heißelrotz der war der war ripped to the bones ja straff im Hintern in alle Richtungen hat auch schon wie ein Schmetterling ja ausgerechnet wie ein Schmetterling also Ronny Coleman war der ärgste ja ähm hat sich dann aber zum Ende hin 2006 hat er sich schon ziemlich verbaut gehabt ja einige Verletzungen gehabt der Leiter hat ihn immer richtig angespannt Nervenverletzungen angeblich auch ähm und natürlich die Verletzungen die man bis heute kennt und wer die Dokumentation gesehen hat weiß wie er jetzt beieinander ist ja bitte nein nein der kann nicht einmal mehr richtig aufreicht gehen ja das stimmt ja warum das alles so ist ja das hat er gekriegt ähm abgelöst worden von Jay Cutler der nur deswegen so gut geworden ist weil der Ronny Coleman auch so gut war das sagt er auch selber der war nie dort hinkommen wo er war wenn es den Ronny Coleman gegeben hat er da gemeint ähm ähm Dexter the Blade Jackson auch wieder vor eher Massemonster Ronny Coleman und Jay Cutler zurück zu einem relativ schlanken Körperbau würde man mal sagen ja wo er schlank in der Hinsicht absolut lächerlich ist und der ist dann wieder vor einem siebenmaligen Mr. Olympia abgelöst worden nämlich von Phil Heese ja ähm Coleman dazu so jetzt jetzt kann sich jeder seinen eigenen Gedanken machen ähm wie gesagt also wenn es um Muskelmasse geht und um Definition ist Ronny Coleman meiner Meinung nach umschlagbar wenn es um irgendwelche imaginären Linien und Silhouetten geht ja kann man darüber diskutieren ob der ob der Phil Heese der bessere Mr. Olympia gewesen wäre aber jeder zu seiner Zeit halt aber ihr seht das Ganze ist ein bisschen eine Welle einmal das wenn es zu viel ist kommt wieder das andere das ist in der Fitnessindustrie generell so okay oder in der Politik oder sonst irgendwo ein Extrem wird abgelöst meistens durch eine Phase wo man versucht zum anderen Extrem hinzukommen wenn das wieder zu extrem ist dann kommt wieder das eigene Extrem irgendwann wird das Ganze geklettert ja ähm und unser letzter Mr. Olympia der aktuelle schon roten Flex dran wie wir gerade gehört haben ähm auch da wieder ja wie du mal sagen die Asteln vor allem da haben sie wirklich gehört dass der nur nur ohne der Schmanker war also das haben ich würde mich also ich lehne mir jetzt ich darf das nicht ins Internet stellen das Video ich lehne mir jetzt weit aus dem Fenster raus und sage bitte erklärt mir es kann mir das irgendwer erklären wenn er mir ein blaues Papier hinlegt und sagt so ist es unsere Bewertungsvorschrift danach bewerten wir das ist uns wichtig ähm der Quint gegen wer war denn da so gut da noch der bitte Big Raymond nein der andere der dritte geworden ist nein Winkler genau wie kann erklärt mir das was sind die Bewertungskriterien also Bodybuilding als als Sportart hat ein riesengroßes Problem es ist ein rein eine rein subjektive nicht eigentlich nicht gemessene Leistung ja es ist ein schönes Wettbewerb Bodybuilding ist ein schönes Wettbewerb mit einer unheimlichen unheimlicher Notwendigkeit für athletischen Können davor vor der Meisterschaft vor der Meisterschaft muss ein Bodybuilder athletisch perfekt aufbauen ja also die athletische Leistung ist eigentlich vor der Meisterschaft notwendig bei der Meisterschaft wird diese athletische Leistung aber nicht beurteilt ja also nicht nicht objektiv wie gesagt objektive Messung wäre ich schiebe in die Rehre rein testen durch Dexam mäßig was weiß ich nicht was Densitometrie kann ich auch machen lass ich mir Wasser unten ja mess alles und der der aus dem meisten Muskelmasse hat und das wenig Körperfett erquint in einem gewissen Größenverhältnis aber das ist ja nicht publikativ aber man muss Bodybuilding als etwas sehen und nur wenn man es so sieht kann man es auch akzeptieren also ein schönes Wettbewerb wo diese Diskussionen zwischen was sie jetzt gewonnen hat nämlich das oder das die wird es immer geben und du kannst unmöglich unterschiedliche Zeiten unterschiedliche Bodybuilder vergleichen du kannst es nicht okay in der Art und Weise wie du einen Weitsprung vergleichen kannst wie du einen Hochsprung vergleichen kannst oder so irgendwas aber Bodybuilding an sich und das möchte ich abschließend noch sagen hat sich eigentlich aus dem aus der Notwendigkeit aus dem Glauben heraus entwickelt man müsse Körper und Geist als etwas trainieren was die Gesundheit in eine gewisse Richtung fördert es war niemals angedacht eigentlich Wettkämpfe zu veranstalten klar Eugene Sander hat schon damit angefangen aber in der Zeit zwischen 1901 und 1939 oder in den 40er oder 50er Jahren waren relativ wenige Bodybuilding Wettkämpfe da hat es solche Leute gegeben wie Jack Lallain wo es umgegangen ist wie ihr ernährt man sich damit man gesund bleibt wie kann ich mich selbst weiterentwickeln und zwar geistig und körperlich und Bodybuilding war nicht unbedingt das Wettkampfsport angedacht mit der Gründung der IFBB und der NAB hat sich das logischerweise geändert und da musste man irgendwelche Kriterien erfinden oder finden damit man das als Wettkampfsport mehr oder weniger durchführen kann aber Bodybuilding ist um einiges mehr Bodybuilding ist viel mehr Lifestyle als Wettkampfsport meiner Meinung nach ok unter der Meinung der ersten Bodybuilder die halt irgendwann in den 20er, 30er Jahren gewirkt haben und das ist das große Problem von Bodybuilding gut was wir in Zukunft weiter anschauen werden ist auf jeden Fall solche Dinge wie Geschichte der IFBB Geschichte der NAB ok und ja kleine Themen die es um Bodybuilding noch gibt aber im Endeffekt was ist jetzt für die Stunde habt ihr noch irgendwelche Fragen ja ich habe es rausgesucht aber ich habe es nicht mit weil ich habe es auf einem Buch rausgesucht 1968 ich kann es in Andi schreiben vielleicht schreibt es in Andi an auf Insta ich kann es heute noch aussuchen ja habe ich nicht im Internet gefunden sondern in ein in ein Skriptum das wir damals gekriegt haben von der BSBA in Linz ja was sich drum einer gekümmert hat ja aber das kann ich raussuchen war glaube ich eher ein Wiener Studio ja also bin mir fast sicher aber ich habe es nicht gekannt ja na sicher nicht ein sehr altes Studio ist noch die Rabengard das ist neu übernommen worden heißt jetzt Fitnesscenter Raven glaube ich hat einen eigenen Kraft-Dreikampfverein eigentlich ziemlich geile Hitten da geht es da geht es du gehst runter an eine Stürm ich sage ein F das tut kannst du das Handy auch dran weil wenn ich das sage das kann ich nicht sagen das darf ich nicht ins Internet du tust es ins Internet bin ich runtergegangen da war noch der ehemalige Besitzer ich glaube der hat Grasl bin ich mir nicht ganz sicher ein Hauer hat einen war eine arge arge Charaktere irgendwie und ich bin da runtergegangen es war ein ganz schmaler Gang da bist du eigentlich nicht richtig runtergekommen und dann haben sie in eine Garderobeine geschickt die Garderobe war zwei Quadratmeter groß die Frau der Garderobe war noch kleiner ich glaube dass die Frau der Garderobe gleichzeitig die Dusche war also das war die Frau haben sich in der Duschtasten umgezogen haben sich in der Duschtaste wieder angezogen also irgendwie so auf die Art war es und dann habe ich halt trainiert die Antl war rostig geiler Grip also wirklich supergeil und ich habe dann da war ich 21 älter war ich doch sicher nicht da bin ich gerade habe ich gerade studiert vielleicht erst 20 da bin ich nach dem Bundesheer gerade zum Studium gekommen habe ich in Wien gewohnt und man denkt ich muss die ganzen Studios anschauen damals bin zum Willi gegangen und habe gesagt ich hätte gerne Eifers bitte was willst du denn für einen Geschmack Buddha oder Beil das war der hat mich nicht gekannt ich war ein junger Buddha der drinnen gestanden ist das war Banane und Erzbeer ja das weiß ich nicht mehr ich war perplex weiß ich nicht was ich gesagt habe Buddha zusammen ich werde gerne alle zwei haben aber ich kann das wäre nie du meinst das ist so tief aber das war das hat mich das hat mich irgendwie begleitet mit seit diesem Erlebnis ja den gibt es aber der hat es jetzt aber nicht mehr über dieses Studio ja also das ist eine supergeile Hütte gewesen ich bin da runtergegangen da ist der wie heißt der Ninise Freund der da trainiert hat der ich weiß da hat auf einmal einer trainiert der Ninise Freund und ich gehe ab das erste was ich gesehen habe ist ein Typ der im Squat in diesem Squat Steher Curls gemacht was man normal nicht tut der hat es dürfen weil der hat 80 Kilo strikt curlt so ist er da gestanden und auf 15 Wiederholungen und ich habe damals curlt weiß ich nicht 40 vielleicht mit der geraden Stange wenn man mir das Handgelenk weh getan hat ja aber es ist eine Flucht jetzt ja ich weiß es nicht ganz genau ich muss alles rausschneiden ich muss pipsen nein du kannst es ja rausschneiden ja aber du kannst es ja rausschneiden ich muss rausschneiden die kommen die kommen und fragen mich was ich weiß ich weiß nichts da gibt es ja so Geschichten aus dem Studio da haben wir der Franz dazu ich weiß nicht ob es in dem Studio war der eine und ich haben jetzt zusammengearbeitet mit zwei typischen Wiener Trainierenden beide am Franz kassen der eine hat bei der Expedition Robinson mitgemacht das wird es ja nicht mehr kennen das war so eine Big Brother is watching you oder Big Brother Sache auf einer Insel da haben wir Leute ausgesetzt da haben wir es gefilmt dabei was er tun tut war ein Tanzer hat mit uns den Kurs gemacht Franz und es heißt Servus und die zwei haben uns erzählt dass wir runtergegangen sind und gesagt haben wie Herrs Willi und der Willi ist mit hinten gesessen und hat gesagt ich kann nicht war gerade das Überfallkommando unten und hat halt eine Hausdurchsuchung durchgeführt weil er angeblich mit Radios gefeilt hat und weiß ich nicht was das sind alles Annahmen das musst du wirklich hausschnehmend ich habe ein riesiges Problem wenn das nicht stimmt ich diffamiere Leute das muss bipsen sonst bin ich am Arsch und ich ist wurscht ähm und ich habe ja kann ich das einfach runternehmen ne kann ich das auch machen so oder der Stimbo ist nicht ha Holt das auch das auch das auch ich habe ja